Wandern in Medebach. Paradiesische Landschaften genießen. Den eigenen Rhythmus spüren. Die Wunder der Natur für sich entdecken. Die Wanderpfade in der Medebacher Bucht führen zu Orten der Stille. Den Sauerlandseelenorten in Medebach. An einem alten Kreuzweg die Marienkapelle am Kahlen. Ein Wallfahrtsort umgeben von Wald. Hier kann man Kraft aus Ruhe schöpfen. Und sich mit neuen Gedanken wieder auf den Weg machen. Verbindungen zur Geschichte finden. An Freistuhl, dem Ort, wo vor Hunderten von Jahren Recht gesprochen wurde. Ein Symbol historischer Macht. Sauerlandseelenorte in Medebach. Und Plätze für ganz körperliche Erfahrungen. Barfuß über Holzspäne und Laubböden gehen. Wie fühlt sich das an? Wald-Wellness selbst gemacht. An Massagesäulen. Und in von frischem Bachwasser gespeisten Tretbecken. Einer der eindrucksvollsten Seelenorte? Die Himmelssäulen. 38 Douglasien, die akkurat in einer Reihe stehen. Bis zu 63 Meter hoch und mehr als 120 Jahre alt. Medebacher Wandererlebnisse. Alles an einem Ort. Medebacher Wandererlebnisse. Was wird von Parall seat considered wegen пров solem ThingabάIA Oooh! Es wird von dieser eindrucksvollsten Seelen problematischheld.